So, das Jahr neigt sich ja langsam dem Ende zu. Und ich habe mich dieses Jahr entschieden, ein Video zu machen über 10 coole Dinge, die dieses Jahr passiert sind. Und ja, also es ist ja immer so sehr viel Schreckliches passiert und sehr viel Trauriges. Aber ich habe 10 Sachen raussucht, die sind wirklich cool und manchmal einfach nur beeindruckend. Und würde sagen, legen wir los mit Nummer 1. Es dürfen in diesem Jahr, also seit diesem Jahr sogar, keine männlichen Kinderküken mehr geschreddert werden. Normalerweise wurden die Kinderküken einfach geschreddert. Weil aus dem, sie wollen einfach zu nichts Nütze, weil sie ja natürlich keine Eier legen können und eigentlich nur Nahrung da sind. Aus ihnen wollen meistens Schingen-Nuggets, sehr geschreddert für Meckes. Ist wirklich so. Ja, und sie dürfen seit diesem Jahr nicht mehr geschreddert werden. Das finde ich eine sehr gute Sache, weil jetzt tierisches Leben hat einen Wert, meiner Meinung nach. Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2, ja, ähm, etwas sehr, sehr Cooles in der Medizin ist passiert. Und zwar, es gibt eine Krankheit, die ist eigentlich, gilt sie als unheilbar. Das ist HIV. Und die erste Person wurde dieses Jahr geheilt. Und so eine weibliche Person wurde von HIV befreit und hat diese Krankheit nicht mehr. Und hat tatsächlich sogar eine leichte, ähm, Antiviren dagegen entwickelt, gegen diese Krankheit. Also das heißt, die Person kriegt sie nicht mehr so leicht wie wir. Es ist ja eine Krankheit, die ist ja vererbbar. Und, ja, es ist eine Geschlechtskrankheit, ja, wenn wer es jetzt wissen will, ganz genau. Und das ist natürlich super, dass man so eine Krankheit, die wir jetzt schon sehr lange haben, endlich mal heilen kann. Das ist ein Riesenschritt in der Wissenschaft gewesen. Nr. 3 Ja, diese Sache ist tatsächlich nicht mehr so ganz aktuell. Ähm, und zwar das 9-Euro-Ticket. Wir hatten dieses Jahr ein 9-Euro-Ticket gehabt. Es war ein Megafolk. Wir hatten das erste Mal die Möglichkeit, überall hinzureisen. Zwar war der zeitliche Aufwand sehr groß. Also wir haben sehr lange gebraucht, tatsächlich. Also zwar gleichweise, ich habe hier, wo ich jetzt wohne, hier auf, ähm, auf der, äh, in den Norden, äh, habe ich tatsächlich sehr lange gebraucht, mit dem Zug da hinzufahren. Tatsächlich einen halben Tag. Also, es ist ja nur Nahverkehr gewesen, aber man konnte tatsächlich das erste Mal reisen. Man konnte in den Zug ansteigen mit einem Ticket und man musste nicht überlegen, habe ich jetzt das richtige Ticket oder nicht. Bus und Bahn waren tatsächlich kein Problem mehr. Und Straßenbahnen auch nicht mehr. Es war ein Riesenerfolg, meiner Meinung nach. Und ich freue mich schon auf den Nachfolger tatsächlich. Leider kostet er leider ein bisschen mehr. Aber meiner Meinung nach war es ein Riesenerfolg, dass wir so etwas hatten. So, das nächste ist ein relativ cooler Fakt. Also, dass das funktioniert hat, finde ich genial. Und zwar ist das Ganze in Schottland passiert. Und zwar Tanzen spart CO2. Ja, genau. Ein Nachtclubbesitzer in Schottland hat es geschafft, mit Körperwärme zu heizen. Das heißt, die komplette Energie, die beim Tanzen freigesetzt wurde, ist ja Wärme, die wir menschliche Körper aussendet. Und die konnte gespeichert werden in Art Wärmetanks, also Wärmespeichern. Und die konnte später zum Heizen benutzt werden. Und dieses Konzept hat 70 Tonnen CO2 gespart. Das ist total viel. Also, das ist super, meiner Meinung nach. Und es ist ein Anfang. Und ich finde, man sollte dieses Konzept auch viel weiter ausbauen. Weil, wie cool ist das denn? Man hat mit einem Nachtclub CO2 gespart. Das heißt, etwas, was Freizeit hat, etwas Gutes für die Natur getan. Ich finde, es ist eine mega coole Sache, dass das funktioniert hat. Und ja, kommen wir zum nächsten Fakt. So, dieser Fakt ist, fand ich, sehr kurios und cool zugleich. Und ja, wir gehen zurück nach England diesmal. Und zwar, jetzt hatten wir Schottland, jetzt haben wir England. Und zwar wird bald kacke Geld kosten. Und zwar in dem Sinne, sie haben es geschafft, eine Straßenlaterne mit Hunde-Code zu betreiben. Das heißt, man hat den ganzen Hunde-Code in einen Tank reingeworfen. Und dadurch haben sie Strom erzeugt. Finde ich total krass. Also, man muss sich vorstellen, der Hund kackt und damit wurde die Straßenlaterne betrieben. Ist kacke jetzt bald Gold oder was? Wie cool ist das denn? Dass wir erneuerbare Energien nutzen können, die da ist, die eigentlich uns nur stört. Also, eigentlich ist es ja etwas, was eigentlich in unserer Welt nur stört. Also, kacke, was kannst du mit der groß anfangen? Aber Energie aus dem zu ziehen, aus der Wärme und so etwas, ist ja total genial, meiner Meinung nach. Und, schau mal vor, jetzt wird jede, nicht jede Laterne würde wahrscheinlich funktionieren. Dafür wird so wenig gekackt. Aber jede Laterne würde, also eine Laterne an der Straße wird eine Hundekacke betrieben. Wäre total cool. Wäre ein riesen Energieersparnis, meiner Meinung nach. Genau, Fakt Nummer 6. Ja, ganz cool. Das ist, also Fakt, ja, die Sache, die passiert ist. Ähm, die Idee der Vier-Tage-Woche. Ich hoffe, die kommt in Deutschland auch endlich mal an. Ähm, man hat eine Theorie aufgestellt und ist auch ausprobiert in einigen Ländern. Tatsächlich größtenteils auch in England und Spanien. Und zwar die Idee der Vier-Tage-Woche. Das heißt, man arbeitet nur vier Tage, dafür ein bisschen mehr, aber hat dafür drei Tage frei. Ja, ähm, es war ein Mega-Erfolg, kann ich jetzt schon sagen. Äh, total super. Die Lebensqualität ist gestiegen, die, ähm, Anzahl von Blackouts, Schlaganfällen und Krankheiten ging rapide bei den Leuten zurück. Man muss vorstellen, die Leute wurden weniger krank, dadurch wurden weniger Ausfälle und es wurde dadurch alles angenehmer. Und zugleich, ähm, hat es auch die Motivation der Menschen, sich weiterzuentwickeln, enorm gesteigert. Also ich hoffe, dass wir in Deutschland irgendwann auch auf die Idee kommen, dass wir in der Vier-Tage-Woche in einigen Berufen sehr sinnvoll wären. Weil das die Menschen nicht mehr so häufig krank wären. Zum Beispiel in Büroarbeit oder in einem, auf vielen anderen Bereichen. Wäre das total cool. Ja. So, in jedem Fakten-Video oder coolen Sachen, die passiert sind, muss immer eine kuriose Zahl stehen, meiner Meinung nach. Und die haben wir auch. 1.000, 85, äh, ne, 185.000, 195 Herze mit Brief. Äh, Briefe mit Herz. So rum war es. Und zwar, ähm, ja, es gibt eine Art, der schickt meinen Brief, das nennt sich, äh, Briefe mit Herz. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ähm. Ich könnte ein Bild natürlich auch einblenden davon, ähm, was es ist. Und ich finde es total cool und damit haben wir auch unsere kuriose Zahl geschafft. So, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben mal wieder Schottland. Und zwar Schottland hat mal wieder etwas Zweites geschafft, was ich mega beeindruckend finde. Also es ist total cool, dass es ein Land geschafft hat, das zu erreichen. Hätte ich der ganzen nie mehr gedacht, dass das passiert. Und zwar, wir haben den gleichen Stand von Bäumen und Wäldern wie vor 1.000 Jahren. Eigentlich gehen diese Rapide zurück, weil mehr Wohnraum gebaut wird oder mehr Landwirtschaft betrieben wird. Und dass es eigentlich sehr schlecht für die Natur ist, weil die Bäume ja unseren Sauerstoff produzieren und diesen aus CO2 gewinnen. Und dadurch haben wir CO2, wir können besser atmen, es ist viel gesünder, die Luft. Und das ist total beeindruckend, dass ein Land es geschafft hat, das wieder hinzubekommen. Und ich hoffe, es ist ein riesen Ansporn für sehr viele anderen Länder, das gleich zu tun. Ja, der nächste Fakt ist, oder nächste Sache, die rausgekommen ist, ist sehr beeindruckend. Tatsächlich hat sich etwas mit Apple zu tun. Apple hat etwas rausgebracht, was meiner Meinung nach total genial ist. Es ist auch jetzt in Europa tatsächlich verfügbar. Und zwar, der Notruf über Satelliten. Wer kennt es nicht? Wir sind irgendwo im Wald und spazieren und plötzlich passiert irgendwas. Und man kann den Notruf nicht erreichen, weil kein Netz. Wir brauchen ja theoretisch einen Balken mindestens, damit wir einen Notruf absenden können. Dies ist jetzt nicht mehr nötig. Über Satelliten, das iPhone sucht mit seiner neuen App, also nur die neuere Generation leider bis jetzt. Ich hoffe, das kommt jetzt bald in allen Gerätschaften, wird das nachgebaut. Können über Satelliten einen Notruf absenden. Und diese können sogar eine Ortung machen und dich bis zu 10 Meter Genauigkeit orten. Das ist total irre. Das heißt, wenn etwas Großschirmes passiert, in den Bergen oder in der Natur, wo kein Netz oder sowas normalerweise ist, also keine Flächenabdeckung, können jetzt Personen gerettet werden. So, willkommen beim letzten Fakt und zwar eine neue Regelung für Handy-Akkus. Das Problem ist, Handy-Akkus gehen tatsächlich nach zwei Jahren kaputt. Also das heißt, dass der Handy-Akku ist so schlecht, dass wir ihn entweder tauschen oder ein neues Handy uns kaufen müssen. Das Problem beim Tauschen ist, Handys sind heutzutage so eng verklebt, dass es nur Spezialfirmen kommen und meistens dabei das Handy auch kaputt geht. Viel zu aufwendig und preislich in keiner Relation steht. Das heißt, es kostet meistens fast schon die Hälfte des Originalpreises und jeder Mensch denkt, komm, kaufe ich mir ein neues Handy gerade mal so. Ja, ist nicht eigentlich das Richtige. Wir müssen in einer Welt leben, wo wir sehr viel Recycling meiner Meinung nach. Das heißt, es sollte jeder Auto-Normalverbraucher eigentlich hinbekommen. Der Gesetzentwurf kommt da ein bisschen entgegen. Der sagt, dass eine technisch versierte Person den Handy-Akku selber tauschen kann, dass Handy-Akkus tauschbar sein müssen und zwar nicht so kompliziert. Das finde ich total cool. Ich hoffe, er gehört durch, weil wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben jedes Jahr, alle zwei Jahre ein neues Handy, ist total Schwachsinn. Eine Zeit lang hatte Samsung-Handys gehabt, da konntest du die Handy-Akkus einfach rausnehmen und einen neuen reinstecken und zack, mein Handy lief noch ein Jahr länger und dann wäre es durch Update tot erst auch. Ist dann auch erst gestorben, aber es hat ein Jahr länger gehalten als das Nord-Normal-Handy und das ist total Schwachsinn. Man muss sich ja vorstellen, unsere Smartphones gibt es erst seit 2007. Das Smartphone ist gerade erst mal 15, dieses Jahr 15 Jahre alt geworden ungefähr. Das ist gar nichts. Und wir haben schon so viele Handys gehabt. Das darf nicht sein. Wir haben eine Überproduktion von Materialien. Wir haben Schrottberge von Handys und das sind wertvolle Ressourcen, die wir irgendwann nicht mehr haben. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen unsere Erde auch schützen und das können wir auch damit anfangen, dass wir Sachen recyceln. Und ja, wenn euch das ganze Video gefallen hat, was für coole Fakten ich hier rausbekomme, was 2022 passiert ist, lasst ein Abo und lasst ein Like da. Aber ich freue mich immer, wenn ihr ein paar Likes da lasst, weil ich sehe dann, dass die Videos gut angekommen sind. Wenn ihr noch andere coole Sachen gefunden habt, die dieses Jahr passiert sind, schreibt sie bitte in meine Kommentare. Und damit sage ich, ciao und tschüss und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Excedien ist raus. Und damit sage ich, ciao und tschüss.